Das Modell Rosi von Willi Schillig. Eine zierliche Ecke mit sehr viel Bodenfreiheit. Die Bodenfreiheit bietet den Vorteil, sie verlieren optisch weniger Platz vom Raum. Gerade für kleine Räume ist es sehr vorteilhaft. Hier hinten könnte man jetzt noch eine Kopfstütze einschieben. Da ist also das vorbereitet und ja, sehr angenehmer, robuster Stoff. Willi Schillig, stabile Angelegenheit. Hält also auch Kinder aus, die manchmal rumturnen, wahr? Ja, schlagen Sie zu. Der Preis ist heiß und nur einer kann gewinnen.